Hey Chris, wenn du gar nichts besseres vorhast, hol mir doch mal aus dem Wohnzimmer meine Zigarren. Kann ich sonst noch was für dich tun, Onkel Louis? Er ist ein alter Mann, das ist vielleicht sein letztes Weihnachtsfest. Wenn er so weitermacht, ist es sein letztes Weihnachtsfest. Ah, da ist er ja. Und du, auch noch eine. Schätzchen? Ich hab ja gesagt, es sind so viele Stecker in der Dose. Oh mein Gott. Was ist passiert? Äh, gar nichts. Gehen wir wieder rein und essen den Nachtisch zu Ende. Mann, oh Mann. Wenn das Vieh neun Leben gehabt hat, hat sie jetzt alle verbraucht. Wenn es dir nichts ausmacht, Clarky, versuch ich mal, ob ich den Sessel hier desinfizieren kann. Ist ja wohl ein ziemlich edles Stück, der Sessel, wie? Okay. Würde es dir was ausmachen, mir zu erzählen, was du dafür hingelegt hast? Riechst du was? Geröstete Miezekatze? Das ist nicht der Sessel, das ist was Gasiges, das aus der Klärgrube kommt. Ja. Ja. Ja.